Okay Leute, Adoppy hat dir das Premium-Pet für Robux angekündigt und uns nur eine Hälfte davon gezeigt. Da dachte ich, benutzt einfach mal einen Zaubertrick und macht das Ding einfach mal ganz. Jo, hier sehen wir es, kommt nächste Woche anscheinend für ein paar Robux. Falls du dir Robux kaufst, gerne mit Starcode Jojo. Dankeschön und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt.